Das ist eine Drohne mit Pinhol-Kamera. Die ist fest eingestellt im Arduino auf eine Sekunde. Ich hoffe, das passt irgendwie. Aber ich höre ja immer wieder, Film ist elastisch, also wird schon gut gehen. Genau, der WPPD ist heute World Wide Pinhole Photography Day und deshalb versuche ich mal eine Pinhole-Aufnahme aus der Luft zu machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.